Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der Playstation 4 und heute geht es mal um meine Wohnung. Nicht diese Wohnung, ich bin immer noch hier, ich bin hier am umziehen. Ich bin hier noch nicht umgezogen, ich wollte hier ja umziehen in dieser Wohnung, hab's aber noch nicht geschafft. Muss ich noch machen in meiner neuen Wohnung. Ich hab mir ja eine Wohnung gekauft, nicht diese Wohnung, sondern eine andere und zwar für über 100.000 Euro. So, natürlich haben auf YouTube schon viele Leute gesagt, wie kann man sowas machen? Wieso macht man das? Mit so jungen Jahren so eine Entscheidung machen über so viel Geld. Ich habe einen Traum gehabt und den Traum habe ich schon als kleines Kind gehabt, eine eigene Wohnung zu haben. Aber das Problem natürlich bei einer eigenen Wohnung, die kostet natürlich einen Haufen Geld. Wie ein Haus. Jeder Hausbesitzer muss sich natürlich verschulden für viele, viele Jahre. Für viele 20, 30 Jahre verschuldet sich ein Hausbesitzer. Ein durchschnittlicher Hausbesitzer verschuldet sich so. Aber wer seinen Traum niemals erfüllt und sagt, ach das Geld, ach scheiße, das kann ich mir doch eh nicht leisten, der wird auch nie seinen Traum in Erfüllung haben. Blödes Deutsch. Mensch, man muss im Leben was riskieren. In Deutschland sterben jedes Jahr, ich bin jetzt 22, jedes Jahr Leute in meinem Alter. Zehntausendfach. Und all diese Leute, zum Beispiel die sind durch einen Autounfall gestorben oder so, haben Träume gehabt. Und der Traum ist plötzlich geplatzt, weil die tot sind. Und was weiß ich, vielleicht bin ich morgen schon tot, vielleicht werde ich morgen überfahren, vielleicht platzt mir eine Ader im Gehirn. Aber ich habe jetzt meine Wohnung. Und die gibt mir so viel. Jeden Tag. Jeden Tag habe ich, indem ich in der Wohnung bin, ist es einfach geil. Und es kann mir auch keiner zurücknehmen, weil die Zeit, die habe ich. Die habe ich gehabt. Wunderbar. Natürlich, eine Wohnung ist immer eine Sache, wo auch Rechnen im Kopf hat. Man muss rechnen. Man muss Geld zur Seite legen vom Lohn, den man verdient. Man kann nicht einfach alles ausgeben, sondern man muss auch schon seine 400 bis 500 Euro weglegen auf dem Sparbuch. Und das mache ich. Ich lege locker 500 Euro weg, jeden Monat, nur für die Wohnung. Ich habe jetzt allein schon über 10.000 Euro weggelegt auf mein Sparbuch. Mehr Lohn habe ich jetzt auch schon. Ich verdiene viel, viel mehr. Ja. Ihr wisst ja, ich war ja ausgelernter Koch, habe meine Prüfung bestanden, habe dann so 1.200 Euro verdient. Jetzt verdiene ich locker meine 1.500, 1.600 Euro netto. Mit Trinkgeld natürlich. Und das ist fast 2.000 Euro. Und ich denke mal, da kann ich gut leben, weil die Kosten meiner Wohnung liegen bei ungefähr 700, ich habe es jetzt mal genau ausgerechnet, 795 Euro ungefähr. In diesen 795 Euro ist der Rundfunkbeitrag drin. Strom habe ich schon mitgerechnet. Versicherungen, Hausratversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Zins für die Tilgung vom Kredit, Hausgeld, anderer Kredit, alles in einen Topf, bekomme ich auf ungefähr 795 Euro. Ist unglaublich viel Geld. So. Aber diese Kreditsumme, die ich habe, wird immer weniger. Warum? Weil ich immer mehr abbezahle, wird auch der Zins kleiner. Ist ein bisschen kompliziert. Und, ähm, ähm, in 20 Jahren zum Beispiel, werde ich natürlich viel mehr verdienen als heute. Warum? Wegen der Inflation. Ne? Hartz IV. 6, 7 Euro steigt jedes Jahr. In, 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 in 10 Jahren haben wir, steigt Hartz IV 70 Euro, in 20 Jahren 140 Euro. Und das ist auch gut, weil ich lebe von der Inflation, weil umso höher die Inflation ist, umso besser ist es. Weil ich, umso schneller habe ich die Wohnung abbezahlt. Alles ein bisschen kompliziert. Aber ich sage euch eins. Auch wenn ihr noch jung seid. 9, 10, 11 Jahre und ihr einen Traum habt, dann erfüllt euch euren Traum. Aber erfüllt euch nur den Traum, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ihr braucht eine abgeschlossene Berufsausbildung. Das ist das Allerwichtigste. Sonst werdet ihr niemals so viel Geld verdienen, wie ich es jetzt habe. Was auch nicht viel Geld ist, 1600 Euro. Aber ihr braucht wirklich eine abgeschlossene Berufsausbildung, weil sonst könnt ihr euch so eine Wohnung nicht finanzieren. Oder ein Haus oder was weiß ich. So, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video und gebt euren Traum nicht auf. Habt ihr auch einen Traum? Dann schreibt ihn in die Kommentare und ich sage euch gleich, erfüll dir diesen Traum, weil du weißt nicht, wie lange du noch lebst. Klingt hart, ist so. Ciao. Klingt hart, ist so. Untertitelung des ZDF, 2020